Diese Programme benutze ich, um das Herr-Anwalt-Spiel zu entwickeln. 1. Unity Unity ist eine Game Engine. Vereinfacht gesagt erlaubt mir Unity, Bilder oder 3D-Modelle in ein Game zu packen und bietet super viele Funktionen, die es erleichtern, daraus ein Spiel zu programmieren. Berühmte Games, die mit Unity erstellt wurden, sind zum Beispiel Fall Guys oder Hollow Knight. 2. Visual Studio In diesem Programm schreibe ich den Code für Spiele. 3. A-Sprite A-Sprite ist quasi wie Paint, nur halt viel besser. Hier zeichne und animiere ich alle Figuren und Hintergründe für das Herr-Anwalt-Spiel. Also...